Ach, da ist er, ja. Komm, tröstet mal euch alle aus. Da kommt noch mehr. Oh mein Gott, wir kommen kaum noch hinterher. Tötet sie alle, tötet sie. Auch wenn sie gut sind, tötet sie trotzdem. Unser Häuptling ist tot. Was sind das denn pfälftige Fiecher? Das ist immer noch pfälftig. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das waren doch die hier. Ne, das waren die nicht. Ah, die sahen genau so aus. Verteidig das Haus! Die werden von allen Seiten angegriffen hier. Das ist überhaupt nicht cool. Komm, mach die Schweine alle platt. Die haben nichts anderes verdient. Die kommen hier von überall. Von überall. Habt ihr gut gemacht, Jungs. Da war keine Zeit zum Ausruhen. Jetzt kommt Gegenschlag ausgeholt. Oder vielleicht auch nicht. Ach doch, komm. Aber ohne unsere Häuptling? Ne, lieber nicht. Ne, lieber nicht. Und mal lieber ein bisschen essen. Scheiße. Ganz ehrlich. Holzhörner. Angelsperre. Sehr schön. Jetzt können wir ins Angeln gehen. Die letzten zwei hier. Den kann ich dahin gehen. Und der kann auch dahin gehen. Komm, hier. Weitermachen. Das ist... Kannst du nicht sagen, angeln gehen? Blöde Sau. Wie gehe ich denn angeln? Hallo. Liebe Freunde, könntet ihr mir bitte sagen, wie man angeln geht? Ach hier, guck mal. So, und der braucht hier dringend was zu essen. Der kippt gleich um. Das war's gleich mit dem. Er kommt. Oh oh. Doch, der isst aber gerade. Hat's überlebt. Ha! Haus der Dino-Hose. Hm. Das Pinkdorf würde ich schon angreifen und zerstören, ja. Wenn das nicht so arsch viele wären. Aber wir tun es jetzt trotzdem. Das ist egal. Sollen die anderen zwei Essen sammeln. Hier, die sind schön angeln, wie man sieht. Oh ja, die bringen schön Essen bei. Fallen und Feuerbombe. Ich will den Häuptling töten. Trinkt den Häuptling um. Trinkt sie am besten alle um. Tut irgendetwas. Wie könnt ihr die zur Hilfe holen? Ich glaube, sie haben unsere alle getötet. Ja, haben sie auch. Oh nein. So ein Mist. Das gibt's noch nicht. Tja. Müssen alle, wenn schon drauf schicken. Boah. Das ist gar nicht mal so einfach. Bin ich ganz ehrlich, Freunde. So, die sind immer noch Fischen. Die machen sich bestimmt bald auf den Gegenschlag bereit. Komm, die müssen groß werden. Die müssen mitangeln. Sonst wird das nix. Na, Freunde der Nacht hier. Unsere Angler kommen wieder. Da laufen sie. Wie viel Essen gibt das denn? Nur so zur Neugier. Sieben. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Ist der auch nochmal sieben? Dann können wir schon direkt das nächste Baby machen. So, die drei sind gleich ausgewachsen. Ah, gut. Sie kommen wieder. Yay. Okay, sehr gut. Dann geht's mal alle so schnell wie möglich. Fischen. Fischen ist, glaube ich, die schnellste Methode, um Essen zu holen. Du bleibst hier, Häuptling. Einer muss ja hier bleiben. Können wir nicht vorspulen? Nein, können wir nicht. Bitte, so ein bisschen schneller. Schade. So. Ich weiß nicht, ob unser Häuptling vielleicht irgendwas machen kann. Ich glaube auch nicht, Gerda. Das bringt nichts. Hydra Drach ist jetzt erwachsen. Komm, wir bleiben zurück. Komm, du kannst auch erst mal was zu essen holen. Wir müssen essen holen. Das ist wichtig jetzt. Wir brauchen unsere Leute wieder. Wir müssen uns nicht bald jetzt schaffen. Eieiei, ich will gar nicht wissen, wie es uns jetzt hier aussieht. Oh, ein Baby rollt da raus. Das ist so süß. Oh toll, 10 Nahrung. Wir haben gar nicht so viel. Pause. Option. Wie kann ich denen eigentlich was schicken? Den hübschen. Kann ich eigentlich irgendwas mit denen machen? Oh, das brennt. Das müssen wir reparieren. Das wusste ich gar nicht. Oh nein, das du nicht reparieren. Du nicht reparieren. Du gehst schön weiter fischen. Häuptling, du kannst das Ding reparieren. So, wir sind wieder voll. Naja, schnell bist du nicht wirklich, aber es geht zumindest. Das sind miese Schweine. Ich glaube, die hassen uns auch ganz schön. Ja, die hassen uns. Die sehen alle gleich aus. Ist schon mal aufgefallen. Ha, das braune Dorf kommt wieder mit dem Geschenkkorb. Und die hassen uns auch. So, mehr essen. Komm, nimm's, 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 nimm's. Nimm's in die Hand. Los, und los geht's. Wir brauchen essen. Da, 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 da. Da, 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 da. Ach, das ist so süß. So, du bist auch erwachsen. Okay. So, also langsam. Jetzt wird's noch mal was. Da greift jemand an. Oh mein Gott. Wo bleiben die denn alle? Nein, ganz sicher nicht. So rum. Entschuldigung. Falsch gebethebt. Komm, macht sie platt. Die greifen immer ohne Häuptlinge an. Das ist denen ihr Nachteil. So, und jetzt Feuerbomben. Bam, 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 bam. Und wir haben mal wieder gewonnen. Oh yeah. Wir haben aber einen verloren, sehe ich gerade. So, du bleibst natürlich hier. Du reparierst das Ding weiter. So, gleich fertig. Na, endlich ist das Geräusch weg. So, was ist das? Holzhörner. Braucht kein Schwein. Wie können wir euch denn hier ein bisschen aufmotzen, will ich mal sagen. Kostet 30. Ach ne, warte. Ich kann ja gar nicht so gucken. 15 würden weggehen. Verdammt. Das könnten wir uns leisten sogar, glaube ich. Könnten wir nicht. Uns fehlen genau zwei Dinge. Verdammt. Abbrechen. Wir lassen es einfach so. Fertig. Na komm. Los. Schwarzer Bildschirm. Was war das gerade? Ach so. Wir brauchen auf jeden Fall gleich eine gute Besatzung. Wie sie da alle am Fischen sind. Hopp. Voll am Vorbereiten für den Kampf. Kann man hier eigentlich irgendwie was verbessern? Ach, der Häuptling hat Hunger. Häuptling grüner Daumen. Nenne ich ihn auch gerne. Komm, bis der groß ist und dann da dürfen alle einmal ran. Na komm. Na komm, na komm. So, dürfen jetzt erstmal alle essen? Nein. Eigentlich wollte ich eigentlich sagen, alle einmal na komm, essen wir einmal alle. Was bringt das Tanzen hier außen rum? Ist das viel, was die bringen eigentlich? Oh ja. Sieben, 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 sieben. Immer sieben. Sehr schön. Sehr schön. So muss das aussehen. So muss das aussehen, wann die Freunde nicht anders da. Kommt. Legt euer Essen weg. Und wer Hunger hat, soll was futtern. Das war's. Alaranda. Robobrof. Bringt das irgendwas, wenn wir jetzt tanzen? Gibt das irgendwie einen Buff oder so, dass man sagt... Das ist ein Scherz, oder? Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Ich stürm jetzt einfach dran. Da kommen sie mit den ganzen Echsen.